Falls du ein wirklich sehr gutes Produkt gegen Erdbeerbeine zum Rasieren aus der Drogerie suchst, hör gut zu, weil ich zeig dir jetzt eins. Für alle von euch, die mich nicht kennen, hallo, ich bin Özlem, ich bin die Tussi, die alles testet, damit ihr euch das Geld sparen könnt. In diesem Fall werdet ihr euch nicht sparen, weil das Produkt ist echt gut. Und zwar ist es von Hey Audrey von Intuition, die Shave Cream Coconut, bla bla bla, einfach ein Rasierprodukt. Es ist super weich, es spendet 24 Stunden Feuchtigkeit, es hat einen sanften sommerlichen Duft nach leichter Kokosnuss, nicht schäumendes Shave Cream, alles was hier steht, stimmt. Es ist sehr angenehm zum Rasieren, es reizt die Haut null, der Rasierer gleitet super drüber. Ich mag das tausendmal mehr als irgendwie Rasiergel und Schaum und all solche Sachen. Das Produkt ist das Geld definitiv wert. Falls ihr Erfahrungen damit habt, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ansonsten folgt mir gerne für mehr. Das war's, tschüss!